In Zwickau und einigen angrenzenden Orten waren und sind zahlreiche Betriebe ansässig, die bis in die Gegenwart überregional oder sogar international von der Vielfalt der hiesigen Industrie künden. Zum Beispiel die Grubenlampen und Batteriewerke ehemals Friemann und Wolf, ebenso die Automobilindustrie mit Audi, Horsch und Trabant und das ehemals größte Eisenwerk Sachsens, die Marienhütte in Keinsdorf. Ihr ist am kommenden Sonntag eine Ausstellung in den Priesterhäusern gewidmet. Der Ausstellung über die Königin Marienhütte liegt zum einen ein Jubiläum, andererseits auch die besondere Bedeutung des Unternehmens zugrunde. Zum einen haben wir natürlich den Anspruch, etwas aus der Zwickauer Geschichte zu zeigen. Die Königin Marienhütte war auf der Keinsdorfer Flur, das heißt es ist im Gebiet Zwickhaus und im Umland natürlich angesiedelt. Es war ein ganz besonderer Betrieb, der sehr, sehr lange Bestand hatte, vor eben 180 Jahren gegründet und der bis heute noch in Nachfolgebetrieben zumindest in Teilen besteht. Und was ganz wichtig ist, er war zu seiner Zeit das größte Eisenwerk Sachsens. Also auch etwas ganz Besonderes, was wir natürlich berücksichtigen wollen. Die Königin Marienhütte, im Volksmund heute noch Keinsdorfer Hütt genannt, wurde 1839 von der Sächsischen Eisenkompanie gegründet. Federführend war dabei Kammerherr Georg Heinrich Wolf von Arnim. Ursprünglich war der Standort in Wilkau geplant, allerdings sprachen günstiger zu erwerbende Grundstücke, das für die notwendige Wasserkraft bis Keinsdorf vorhandene Gefälle der Mulde und die Nähe der Arnim'schen Schächte und Koksöfen an etwaiger Stelle des heutigen Bahnhaltepunktes für Unterkeinsdorf. Fast wäre die Geschichte der Hütt 1866 beendet gewesen. Isolde von Arnim wollte nach dem Tod ihres Mannes Georg Heinrich das Unternehmen 1866 in London verkaufen. Gut, dass ich kein Käufer fand, denn bereits 1880 zählte die Sächsische Eisenkompanie über 2000 Mitarbeiter und avancierte zum größten Eisenwerk Sachsens. Im Portfolio befanden sich verschiedenste Gussteile in unterschiedlichen Größen und Verwendungen, Eisenbahnschienen, Stahlprofilteile, unter anderem für Eisenbahnbrücken, die Produktion selbiger oder Rohre für verschiedene Medien, Hydranten und Schleusendeckel. Diese und weitere Exemplare bestücken die Schau. Wir haben natürlich mithilfe von Herrn Träger, der uns bei der Vorbereitung der Ausstellung sehr geholfen hat, viele verschiedene Exponate zusammentragen können. Das sind Exponate dabei von vielen verschiedenen privaten Leihgebern, aber wir haben auch von Museen aus der Region natürlich etwas bekommen, vom Bergbaumuseum in Rheinsdorf, das Bergbaumuseum in Oelznitz, Bad Schlemer war dabei und noch viele andere mehr. Tutor des Ganzen war Hubert Träger. Er hat natürlich die ganzen Kontakte aus seinem Berufsleben heraus natürlich noch zu verschiedenen Kollegen, die sich auch mit der Hütte befasst haben. Er hat Bücher geschrieben schon zum Thema, ist praktisch ein Chronist der Hütte und konnte uns da natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, wofür wir sehr dankbar sind. Und wie sieht der Genannte sein Zutun? Es ist schon eine Genugtuung zu sehen, dass sich die mühsame Kleinarbeit im Zusammentragen der Dokumente und der Bilder und alles, was dazu gehört, jetzt in so einer Ausstellung zusammengeführt worden ist. Und ich denke, dass damit auch ein Beitrag einmal geleistet wurde, um die Zwickau-Industriegeschichte ein bisschen lebendig zu gestalten. Und manches, was eigentlich in Vergessenheit geraten ist, wieder in der Erinnerung zurückzurufen. So das und, naja, ein bisschen erfüllt es schon mit Stolz, sag ich mal. Hubert Träger kann de facto nach 46 Jahren Betriebszugehörigkeit noch viel aus eigenem Erleben persönlich beisteuern. Wir sind ja hier im Priesterhäusern zwei Termine schon fixiert für den Vortrag. Und Rheinsdorf werden wir wahrscheinlich am Sonntag zur Eröffnung mit den Vorsitzenden vom Heimat- und Bergverfahren Rheinsdorf und dem Bürgermeister Absprachen treffen, wie die Ausstellung dort gestaltet wird und welches Rahmenprogramm zur Ausstellung gestaltet werden soll. Offizielle Eröffnung der Ausstellung ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Zu sehen ist sie bis zum 31. März. Die Vorträge laufen am 23. und 24. März jeweils um 15 Uhr.